Das hier war eine Müllhalde. Firmen haben ihre LKW von überall her geschickt, um alles zuzumüllen. Hey, gib mir noch so ein Stück Holz. Pass auf da drüben. Hunderte von Tieren starben, weil unzählige Gifte in den See gepumpt wurden und in die Erde gesickert sind. Aber dank euch und eurer harten Arbeit konnten wir diesen Ort wieder sauber machen. Ihr habt ihn wieder zu einem Park gemacht. Oh mein Gott. Hier drin wurde jemand umgebracht. Es hörte sich an wie ein Fauchen oder so. Wie bei einem Tiger? Ein Tiger? Was denkst du, wo wir sind? Du? Hallo. Was zu Hölle ist hier passiert? Ich habe gestern einen Tunnel entdeckt. Okay. Da gehst du nicht rein. Jetzt hören Sie mir mal zu. Das ist mein Park. Ich sehe nach dem Rechten und sage den anderen Bescheid. Sie rufen nicht die Stake-Police. Hallo? Nicht den Krankenwagen oder die verdammte Tiernothilfe. Ich gehe noch mal schnell duschen. Ja! Sieh mir! Nein! Aaaaaaah! Untertitelung des ZDF, 2020